7,2 Das nächste Fahrt sind Philipp Hartmeier vom Reitelfahrtverein Bischingen und Camelo. Camelo hat die Stadt Nummer 81, ist ein 6-jähriger Würzelnwager. Palak von Shavata aus einer Rumi-Zentren. Die Stadt Nummer 81, ist ein 6-jähriger Würzelnwager. Für Philipp Hartmeier 7,9 Es geht weiter mit der 119, warum so fly high? Ein 6-jähriger Würzelnwager.